so so und jetzt sind wir wieder bei let's play sehr königlich wörter text übersetzt sich in etwas so der priester hielt sein auge auf seinen neuen gott im osten gerichtet der ritter durch seine lehre korrumpiert reist wieder nach hause in Richtung Norden wo die Königin auf seine Rücke erwartete die Königin sah zu ihrem Mann im Westen die Nadel richtet sich immer nach Norden aus ah jetzt gibt es für mich auch einen Sinn warum das hier funktioniert der ritter der ritter der ritter Norden die Königin sah zu ihrem Mann nach Westen Westen und der König sah auf den Priester der Priester darf ja dann der Läufer sein oder der 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 des der 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 Waschen. So. Du bist wahrscheinlich der Ritter. Der geht nach Norden. Der Königin. Hör da. Erwachsene Holli. Okay. Drinnen sitzt der Tape. Spitzenmäßig. Do weinig? Jetzt haben Sie was. Now ich weiß, was meine Frau und Sistin Suddenly das wollen. You must never go to the Dark Falls Asylum. You must never go to the Dark Falls Asylum. You seem disappointed. Did you really think I was your sister? Okay. I would say I have always a Brechstange and a Säge. That was the first part. I would say a normal Wimmelbildspiel-Länge. It is... It is not so bad, as I have imagined. I will see the rest of the parts. I have to see the rest of the parts. I am not watching. I will see the rest of the parts. I am not looking for the rest of the parts. I will see the rest of the parts. Also, dumme Bildresümee. Vielleicht auch, weil ich bei den ganzen schlimmen Szenen weggeschaut habe, wo ich meine Mutter das Schlimme komme. So schlimm war es kaum, kam es mir gar nicht vor. Also, ab 16 auf alle Fälle. Da habe ich schon, aber ich muss sagen, ich habe schon andere Spiele gespielt, wie zum Beispiel die DMC-Reihe. MF, MCF, DMC. Ah, ich habe vorher Screenshots durchgeschaut. Da bin ich auch überlegen, ob ich den Dreier nur aufnehme, wo ich so ein Jump-Run-Experte bin. Ähm... Dein Faden verloren. Da, wo es dann echt, wo bei dem Ei beim Diagroup, machst du den Spiegel auf und dann schaut das Skelett. Ich glaube, das ist ab 6, wenn wir nicht alles dürfen, dann sage ich dann doch, das ist... ein bisschen übertrieben. Die Frage ist ja, hätte man jetzt alle Figuren in dem finden müssen? Und dann fallen mir nur... fünf Figuren. Ja. Ah, warte, wir haben ja die Sommel-Edition. Ja. 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 Die Sommel-Edition wird die meisten Fragen aus dem ersten Teil beantworten, während der dritte und letzte Teil in vielerlei Hinsicht ganz anders sein wird. Im zweiten Teil werden wir Holly genau dort an dem Punkt treffen, wie sie im ersten Teil verlassen haben. Mit der Ankunft in Dark Falls. Sartorium. Sartorium wird nicht das sein, was Holly erwartet hat. Und sie muss nun nicht nur herausfinden, was da passiert ist, sondern sie muss herausfinden, wie weit sie zu sehen, zu gehen bereit ist, und was sie bereit ist, zu opfern, um das Geheimnis ihrer Familie zu klären. Es gab wohl mehrere Momente im ersten Teil, wo einige Dinge nicht ganz sinnvoll erschienen. Eine Dolch in der Tür. Wo sie schienen einfach nur dumm zu sein, wie der Friedhof in dem Tempel oder dem Haus. Keine Sorge. Alles wird am Ende Sinn machen und eine logische Erklärung haben. Auch wenn du das Bonus-Kapitel gespielt hast, das machen wir gleich, und dich hier gefragt hast, was es mit dem Haus-Spiel zu tun hat, auch diese Frage wird im Bonus-Kapitel des zweiten Teils beantwortet. Und wenn du dich wunderst, dann solltest du das vielleicht tun. Wie kannst du dir zum Beispiel sicher sein, dass du als Holly gespielt hast, wenn du ihr Gesicht nie gesehen hast? Hier haben wir ein Bild aus der kommenden Fortsetzung. Das sieht schon sympathisch aus. Was ist der Überlegschaft? Was ist der Überlegschaft? Das ist der Überlegschaft? Das ist das Ding, der Herr Mmmensberatik. Was ist der Überlegschaft? Was ist der Überlegschaft? Das ist ein Bild. Daher ist ein Bild. Oder wir sehen uns auf einer vocês! Ich fühle mich auf einer. Daher nehmen uns auf einer Karte. Ich möchte dir das Bild nicht. Daher nehmen uns auf, eine Sache, Kinder, die Strasse und die Welt. Wie hast du jetzt in die Karte, Jetzt schmücken wir mal gleich in den Musik So genau, es gibt einen Bösewicht, einen alten, adeligen Professor mit deutschem Akzent. Er war es, der das Spielcharakter im Spiel behindern sollte. Schließlich sollte der Professor Holly fangen und sie in den Keller eines Schwarzers spüren. Er würde ihr jedoch gelingen zu fliehen, dem sie entlangt zusammenbaut, der den Professor einschlafen lässt. Holly wollte nur zu spät bemerken, dass die dunkle Dahlia sie ausgedrickst hat und dazu gebracht hat, den Professor zu töten. Der Professor hatte eigentlich versucht, Holly zu schützen und versucht zu verhindern, dass Holly den Dahlia hingewoffenen Bruch umgefolgt. Dadurch würde Holly willentlich in die Arme der dunklen Dahlia laufen. Dunkle Dahlia würde bemerken, also siehst du einen alten, reichen Mann und gehst davon da aus, dass er böse ist. Der Kommissar war eines einer der wichtigen Charaktere im Spiel. Es sollte Holly den Hinweis geben, dass der einzige Grund, einen wichtigen Brief zu schreiben, anstatt anzurufen, der sein muss, dass man nicht derjenige ist, der man vorgibt zu sein. Leider wäre er zu hilfsbereit und Holly fände ihn tot im Sanatorium am Ende des zweiten Teils. Seine Rolle wurde reduziert, um dem Spiel ein Gefühl der Isolation und der Verantwortung zu geben. Immerhin ist es Holly's Streben, das Geheimnis ihrer Familie aufzudecken und sie ist die einzige Hoffnung. Die junge Dahlia. Die ursprüngliche Einführung in das Spiel wäre sehr unterschiedlich. Wir wollten, dass junge verängstigte Mädchen Dahlia in ihrer Zelle zeigen, als sie entdeckt, dass sie in der Tat nicht allein ist. Wir entschieden uns dagegen, weil es so viele Informationen preisgegeben hätte. Ja, ich möchte gerne erst in der nächsten Episode mit dem neuen Teil mit dem Bonus-Kapitel anfangen. Ja, ich möchte gerne erst in den vielen Kumpel-Musik. Ja, ich möchte jetzt auch in der Mitte. Kumpel und in den Kumpelstund und in den Kumpelstunden auch unterhalten. Vomögen, der Kumpelstunden, der Kumpelstunden auch mit dem Kumpelstunden oder in Kumpelstunden, aber erst in der Kumpelstunden gibt, als sie in der Kumpelstunden, die Kumpelstunde sehr liebte, und so weiß, dass es hier heraus Kn歲 und die Kumpelstunde zu lassen. Kumpelstunde bear gesagt, dass wir immer wieder rauskommen, wenn nicht der Kumpelstunde und immereries sind. Kumpel , wenn es der Kumpelstunde berbreit oder die Kumpelstunde integriert, Vielen Dank. Also irgendwie scheint das aus wie das Originalintro, ha? Mit mir kommt es sehr bekannt vor. Vielen Dank. Bis jetzt vorne ist es ziemlich gleich. Ich sehe meine ganzen Konzeptzeichnen. Aber ich verabschiede mich jetzt für dieses Mal von euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann in die Bonus-Kapitel gehe. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.